Hallo und herzlich willkommen bei Meeple King und wie angedroht gibt es heute von uns unsere kommenden Kickstarter für dieses Jahr, wo du mal drauf schauen solltest, weil vielleicht ist das eine oder andere Spiel für dich dabei. Wenn du jetzt sagst, Kickstarter, keine Ahnung, der hat mir das Video hier so ganz wild angezeigt in der Suche. Ich habe mal draufgeklickt, ich habe keine Ahnung, was Kickstarter ist. Wir haben schon mal ein Video darüber gemacht, das kannst du dir sehr gerne angucken. Da gibt es von uns ein paar Tipps dazu, was ist Kickstarter, wie kommst du am besten rein, was sind die Risiken, aber was sind halt auch die Benefits davon. Seit wann machen wir du, Martin? Es kam irgendwie ganz anders plötzlich. Was machen wir? Das du haben wir selten benutzt in letzter Zeit. Wir haben eigentlich immer gesagt, ihr. Das ist mir nur gerade so aufgefallen. Nein, ich wollte ich wollte den da, ihn, also dich, dich wollte ich konkret ansprechen. Ja, genau, du. Okay, gut. Okay. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge schon mal kurz angerissen, was so die Probleme sind, die uns in letzter Zeit so ein bisschen genervt haben im Kickstarter-Algorithmus. Da kannst du gerne nochmal reinhören in die letzte Podcast-Folge. Ich finde, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht nochmal erzählen. Wir wollten es jetzt erzählen, aber wir haben es ja schon erzählt. Also was soll's. Auf jeden Fall haben Gordon und ich im letzten Jahr nicht wirklich Kickstarter unterstützt. Wenig, sehr wenig, ja. Ein oder zwei oder so. Also man ist so ein bisschen rausgekommen. Wir haben uns aber auch nicht so viel damit beschäftigt, kamen aber auch nicht so viele richtig spannende Sachen und dann war natürlich dieses mit den ganzen Lieferproblemen etc. Die haben sich mittlerweile beruhigt. Wir sind aktuell wieder bei den normalen Containerpreisen, wenn die Container mit den Spielen aus China hierher verschippt werden. Das heißt, diese ganze Versandthematik hat sich etwas beruhigt. Aber da ja jetzt gerade wieder in China die große Eskalation stattfindet, wer weiß, wie es in Zukunft weitergeht. Wir haben uns auf jeden Fall mal schlau gemacht und Gordon und ich haben uns jeweils sieben Titel rausgesucht, die uns interessieren dieses Jahr. Und da wollen wir jetzt gerne mit euch einfach mal drüber sprechen, was wir eventuell dieses Jahr backen werden. Wundert euch bitte nicht. Wir haben hier gerade eine ganze Weile rumgespielt. Wir machen das ja jetzt das erste Mal so, dass wir quasi zwischen Gordons Bildschirm und meinem Bildschirm hin und her switchen. Und um euch das halt direkt am Bildschirm zu präsentieren, das hat alles nicht so ganz optimal funktioniert. Deswegen gibt es wahrscheinlich von mir zwischendurch eine 16-Bit-Pixel-Version von meinem wunderschönen Gesicht. Oder halt gar nichts, wenn es einfach verschwindet. Oder auch durchaus passieren, Leute. Also seht es uns nach. Wir probieren es. Das ist aber irgendwie nicht so einfach. Genau. Also es ist irgendwie nicht so ganz selbsterklärend mit OBS, wenn dann immer mal wieder der Bildschirm verrückt oder eher Querverlinkungen reinhaut, die du gar nicht angefasst hast. Irgendwie sind wir mit dem Programm noch nicht so ganz warm geworden. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Und ich würde sagen, wir fangen zwei Spiele mit deinem Bildschirm an, weil das funktioniert vermutlich am besten. Okay, machen wir so. Eine Sache möchte ich noch kurz vorher sagen. Es kann durchaus sein, dass wir vielleicht Mitte des Jahres nochmal ein Update rausbringen zu der Version. Es werden ja immer auch im Laufe des Jahres Spiele angekündigt, die dann zum Ende des Jahres halt rauskommen. Die meisten Sachen, die wir jetzt hier haben, kommen so in der ersten Hälfte. Also zumindest fast alles, was ich bei mir aufgeschrieben habe, kommt so wahrscheinlich in der ersten Hälfte 2023 aus. Dann switchen wir mal rüber. Ich wechsle das Bild. Achtung. Das wechselst du. Du wechselst das Bild. Achso. Achso. Oh, das ist ein Spoiler. Spoiler. Oh, 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 heavy. Bevor wir loslegen, hast du immer ein Kaltes in deiner Liste? Nein, ne? Nein, habe ich nicht drin. Gut, dann erwähnen wir das an dieser Stelle einfach nochmal. Wir wollen jetzt es nicht los lang und breit wieder erklären, aber immer ein Kaltes. Der Kickstarter läuft aktuell und da könnt ihr gerne reingucken. Social Deduction Game. Wir haben ein Video drüber gemacht. Wir haben im Podcast drüber geredet. Das soll an dieser Stelle reichen. Auf jeden Fall läuft gerade der Kickstarter zu immer ein Kaltes. Wenn dich das Spiel interessiert, dann guck da einfach mal rein. Alles klar. Dann starte ich jetzt mit dem ersten Titel. Townsfolk Tassel ist das. Das ist quasi ein, also es sind drei Expansions, die jetzt rauskommen zu dem Grundspiel, was 2000, ja, hätte ich vielleicht mal gucken sollen, weiß ich, haben ja 2020 ja. Du bist wieder gut vorbereitet. Ja, zu dem alten habe ich jetzt nicht geguckt. Da war ich auf jeden Fall in dem Grundplätsch mit drin und habe das Grundspiel mir geordert. Das habe ich auch hier. Da kam von uns noch keine Review zu, aber ich kam in letzter Zeit, jetzt habe ich es ein paar Mal gespielt. Also da kann durchaus was auf dem Kanal noch kommen. Grundsätzlich ist es ein Boss-Battler. Das heißt, ihr habt Figuren, die ihr spielt. Ihr habt im Laufe eines Spiels drei oder vier Endbosse, die ihr quasi besiegen müsst. Und das Ganze vergleichen viele so ein bisschen mit KDM, also King and Death Monster. Ihr würfelt so quasi gegen diese Monster mit D10 würfeln. Also ihr versucht die anzugreifen. Die haben bestimmte Fähigkeiten. Die haben auch ein Deck, wie sie sich bewegen auf der Karte. Die Karte ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, wie die aufgebaut ist. Und da versucht ihr, die Monster zu bekämpfen. Das Ganze besticht vor allem durch das Thema, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Ich kann ja hier noch einmal kurz auf die Grundkampagne noch einmal gehen. Mein Bildausschnitt reicht oben so ein ganz kleines Stück aus dem Rahmen raus. Das macht mich ein bisschen fertig. Kannst du das jetzt im Aktiven runterziehen? Willst du wirklich, dass ich jetzt hier noch was anfasse? Wenn du jetzt rausrutschst aus dem Bild. Ich mach's, warte. So? Gut? Ja, dankeschön. Okay, gerne. Standbild. Also hier, das war das Rundspiel, was da rauskam. Ist auch sehr gut finanziert worden. Ist halt ein Erstlingsprojekt gewesen mit 436.000 Dollar. Nur, dass ihr mal so die Ästhetik vom Bild seht. Das ist alles so ein bisschen auf Oldschool-Amerika, so rein vom Style und Comic-Style ist das auch. Und ihr habt hier so eine coole Miniaturen drin. Da seht ihr einmal, das sind quasi die Endgegner. Und ihr habt auch eure eigenen Miniaturen für die Leute, die ihr steuert. Und das ist grundsätzlich erstmal das Spiel. Und es hat uns, es gefällt mir sehr gut. Es ist so ein kurzweiliges. Also die Regeln sind super schlank. Die sind schnell erklärt, wenn man sie drauf hat. Also wenn man die als Erklärer einmal drauf hat, geht das super fix runter zu reißen. Und das ist einfach so, spar sich mal drei Stunden mit Freunden Gegner klatschen. So kann man es eigentlich beschreiben. Es gibt eine Story drumherum, die sind auch für jeden Charakter, den man spielt, die ist super cool beschrieben. Aber ist jetzt nichts extrem tiefgreifend, das muss man dazu sagen. Also es ist einfach so ein spaßiges Spiel. Und da kommen jetzt drei Expansions raus. Ich gehe einmal, das haben sie nämlich in den Updates angekündigt. Weißt du, ob andere Sprachen auch supported werden? Haben sie geschrieben. Versuchen sie, neue Sprachen anzubieten. Wäre natürlich mega cool, wenn sie es auch auf Deutsch anbieten würden. Ich denke, da würden auch viele mit aufsteigen. Also grundsätzlich, warte, ich zeige euch das. Ne, das war nicht das. Da ist es. Genau, da haben sie angekündigt, dass quasi eine neue Kampagne kommt. Und es werden drei Expansions kommen. Wenn ich das richtig verstehe, zweimal ein bisschen More of the Same mit neuen Gegnern und neuen Figuren, die man spielen kann. Und dann haben sie einmal, das sind hier, also das spielt in Eureka Springs und jetzt kommt es einmal, Sprinkle Falls, kommen noch Gegner von daher. Guckt euch mal die Story davon an, das ist tatsächlich sehr witzig. Und dann nochmal diese hier. Und dann haben sie die letzte Erweiterung. Da wird dieses, also ihr habt quasi auch Gear, was ihr kaufen könnt. Und da wird das Gear komplett ausgetauscht. Und ihr könnt euch irgendwie so aus Schrott Sachen irgendwie, was, eine Rüstung zusammenbauen. Und je nachdem, was für Rüstungssets ihr euch zusammenbaut, so kriegt ihr halt Spezialkräfte. Das ist jetzt nur ganz grob umrissen. Ich habe es mir einmal durchgelesen. Mehr Infos gibt es auch noch nicht. Aber es soll Anfang diesen Jahres auf jeden Fall soweit sein. 2023 habe ich mir das hier in den Februar steht ja sogar. Also es sollte sehr, sehr zeitnah da auch die Kampagne starten. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Da posten sie aktuell auch relativ aktiv wieder. Und dann bin ich gespannt. Es wird auch wieder das Grundspiel geben. Und wenn sie es auch zum Beispiel auf Deutsch anbieten, dann denke ich mal, würden sie da auch noch eine größere Audience ansprechen. Denn wir wissen ja, Deutschland ist der zweitgrößte Brettspielmarkt der Welt. Das ist das erste Spiel. Wir haben es noch nicht zusammengespielt, Martin, oder? Nein. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals KDM nicht so spannend fand. Ja. Muss ich da Fairness halber sagen. Und Townfolk Tassel ist ja nur noch ein einfacherer Boss-Battler als KDM. Ich weiß nicht, ob mir das Spiel gefallen würde. Das wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen. Ich glaube, für dich ist es eher nichts. Es ist halt wirklich relativ stumm. Hört sich böse an mit dem Würfeln. Aber ist es im Endeffekt auch. Also wer KDM kennt, es sind schon einige Mechaniken übernommen worden, was ihr mit dem Terrain und sowas habt. Das ist mein erstes Spiel. Und dann kommen wir gleich mal zu einem, wo ich mit am Gespanntesten, wenn man das so sagen kann, drauf bin. Switchen wir gleich mal rüber. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Okay. Ist auch egal. Also, sehr älter Scrolls. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel nie gespielt, das PC-Spiel dazu. Ich finde es einfach super spannend, weil Chip Theory Games, ich glaube, jeder, der unseren Kanal verfolgt, der weiß, dass ich großer Fan von allen von denen spielen will, oder wir beide tatsächlich auch. Und To Money Bounce auch mein Top-1-Titel ist. Und hier greifen sie jetzt. Also die IP ist auch wirklich gekauft. Also die arbeiten mit dem Team von Elder Scrolls Online zusammen. Und das Ganze, jetzt muss ich einmal hier kurz bei mir raufschauen. Also das Ganze soll im März 2023 online gehen. Steht auch hier nochmal drauf. Aber sonst gibt es so mittelmäßig viele Informationen dazu. Es gibt ein kleines Video über den direkt auf der Website. Da kann man sich das schon einmal anschauen, wie so grob die ganze Ästhetik von dem Spiel aussehen soll. Aber ich kann euch einmal dazu sagen, was habe ich mir rausgeschrieben. Also es ist auf jeden Fall ein Kampagnen-Spiel. Und so eine Wall of Text haben sie rausgebracht. Ja, so eine Wall of Text. Es gibt aber auch ein kleines Video. Ich habe mir das Textding so zu zwei Dritteln durchgelesen. Aber man muss tatsächlich auch dazu sagen, es wirkt alles noch, also damals, wo ich das gelesen habe, noch im Early Stadium. Also das war noch nicht alles final. Das hat man auch gemerkt. Da waren so Konzepte, wie wird was aufgegriffen. Also es ist auf jeden Fall ein Kampagnen-Spiel. Und es soll so eine Verschwörung-Story in diesem Land sein. Ich kenne mich, wie gesagt, mit der IP jetzt nicht so gut aus. Aber hier dieses Land quasi. Und darum ist so eine Verschwörung, die man wahrscheinlich versucht aufzudecken mit seinen Charakteren. Denn es soll Heavy-Character-Building sein. Also ihr habt wieder, wie bei Too Many Bones, sehr starke Charakter konzentriert, dass ihr quasi so verschiedene Skill-Bäume habt, die ihr aufleveln könnt. Und die orientieren sich, haben es auch geschrieben, wirklich sehr, sehr stark in Too Many Bones. Da das Skisystem auch relativ cool ist davon. Aber ihr habt dann hier ... Passt das dann auch in die Trove-Chest? Ich denke, das hört dann aus. Ich bin gespannt, womit es am Anfang kommt, mit wie viel Content dazu. Also sie haben ja erstmal gesagt, dass man bestimmte Adventures spielt. Jedes Adventure ist drei Sessions lang. Und jede einzelne Session soll wohl pro Spieler eine Stunde dauern. Also du kannst wahrscheinlich fast doppelt rechnen, wie sie es immer sagen. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr einen Kampagnen-Arc dann über drei Spiele verteilt habt und dann was Neues anfangt und immer so eine in sich geschlossene Story habt. Das haben sie so noch nicht gesagt. Erstmal interessant. Fände ich jetzt auch nicht so tragisch, wenn man sagt, über drei Spiele habt ihr eine kleine Story, die ihr erlebt. Und dann habe ich was Neues. Also statt ich halt wieder so ein Kampagnen-Spiel habe, wo ich eigentlich jede Woche zweimal spielen muss, damit ich die Story, dass ich da dranbleibe. Also das klingt erstmal ganz interessant. Und viel mehr ist dazu auch noch nicht bekannt. Genau, man kann halt Quests erfüllen. Es gibt die ganzen Orte, die es auch aus dem Online-Spiel gibt. Und wenn das Ganze dann rauskommt, soll auch logischerweise das Ganze ein bisschen fertiger sein. Müsst ihr jetzt auch bald soweit sein. Scroll doch mal runter, da sind doch noch Bilder, oder? Ich glaube, hier ist noch nicht, warte mal. Nicht in den Kommentaren, scroll mal. Nee, es ist Projekt direkt, mehr ist nicht. Wir haben ja ein Update. Warte mal. Das war das Erste, da kam aber nicht viel. Ich habe doch noch ein paar Bilder dazu. Das ist ein bisschen Artwork. Auf der Webseite ist mehr nicht. Da habe ich schon mal drauf geschaut. Da gibt es noch nicht mehr zu sehen, außer das Video. Aber das könnt ihr euch selber ankommen. Das ist, glaube ich, zwei, drei Minuten lang. Also so vom Artworker sieht das Ganze aus. Aber viel mehr haben sie hier noch nicht dazu gepostet. Ja, das sind meine ersten. Ich bin gespannt. Das werde ich auf jeden Fall auch beobachten und überlege, ob ich da vielleicht reingehe. Mal schauen, was sie im März so veröffentlichen. Ja, das wird teuer sein. Das wird wieder ein ganz schöner Brecher sein, auch mit der Lizenz dazu. Ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal. Das wird richtig teuer sein. Ich bin auch gespannt, wie es so im Vergleich zu Too Many Bones ist, wo sie sagen, da haben wir mal die Stellschraube angesetzt. Da haben wir ein bisschen was verändert. Mal gucken. Vielleicht gehe ich da auch mit rein. So, dann Martin. Jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt wird es, ja, Trommelwirbel. Ich switch jetzt einmal zu Martin. Das müsste das sein. Dann gehe ich auf Discord und gucke mir deinen Stream an. Hat geklappt? Martin ist jetzt weg. Hat geklappt. Super. Aber ist jetzt egal. Was soll's? Man kann nicht alles haben. Ja. Geil. Also vorher war ich noch da. Jetzt bin ich halt weg. Jetzt hättet ihr eigentlich die 16-Bit-Version von mir gesehen. Wir haben aber eine Idee, wie wir das Problem beim nächsten Mal beheben können. Ja. Und da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Das wirkt jetzt im ersten Moment erstmal unprofessionell. Aber wir haben unser Bestes für den Moment gegeben. Ja. Wenn ihr das gesehen hättet, wie lange wir probiert haben, das alles ruckzuschieben. Und Content schlägt alles. Genau. Also habt ihr kurze Pause vor meinem Gesicht. Geil. Okay, Martin. Dann leg mal los. Geil wäre, wenn du dann wieder zurückschaltest auf das alte Bild und ich bin einfach so komplett über den ganzen Bildschirm rübergezogen und man sieht nur so meinen Gesichtsausschnitt, der übel verpixelt ist. Aber okay. Lassen die Leute noch vor Schreck ihren Kaffee fallen. Also, ich präsentiere hier als erstes Spiel Witch Bound. Das soll am 24. Januar auf Gamefound starten. Und es ist ein Adventure-Spiel, was man alleine spielt. Alleine spielt man das? Genau. Ah, okay. Was man alleine spielt. Und seit über 100 Jahren gab es wohl keine Hexen mehr in dem Land. Und du möchtest gerne seit über 100 Jahren endlich mal wieder die erste Hexe werden. Und es ist vom Prinzip her wie dieses, jetzt habe ich den Namen vergessen, wo du dich so durch dieses Buch Adventurerst. Durch das Buch Adventurerst? Ja, ist egal. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen hier. Wo der im Gefängnis ist und dann da ausbrechen muss, glaube ich. Spitze auch alleine. Cantaloupe heißt es. Ach, Cantaloupe. Jetzt habe ich es. Ja, genau. Ich glaube, das ist so ähnlich. Und du hast halt hier so ein Storybuch, wo du verschiedene Entscheidungen treffen kannst. Ich finde halt dieses Artwork super niedlich. Das sieht halt aus wie ein Super-Nintendo-Spiel. Und du bewegst dich dann halt in dieser Stadt und musst dann halt mit den Leuten reden. Kannst Hinweise finden, die da irgendwo versteckt sind. Und kannst dann damit natürlich im Storybuch verschiedene Parts freischalten, dir durchlesen. Machst dir Notizen. Und das verändert halt dann auch eben die Geschichte, die du da in diesem Spiel erlebst. Ich denke, das Spiel wird nicht allzu teuer sein. Und vielleicht wird das mal so das erste Adventure-Spiel, was ich mir besorge und einfach mal, ja, das mal erlebe. Also ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus vom Artwork. Also gefällt mir gut. Und ich finde ja so ein Kleinstoryspiel auch immer mal ganz nice, wo man sich selber so ein bisschen durchrätselt. Definitiv. Auch so dieses, ich finde halt, das Ding hier oben, dieser Bereich hier, links oben, das sieht halt aus, als wärst du in einem Super-Nintendo-Spiel in den Keller gelaufen. Da hast du ja auch mal diese Mini-Bildschirmausschnitte gehabt, auf denen was passiert ist, auf denen du was einsammeln konntest. Und dann bist du ja da wieder rausgegangen. Irgendwie huckt mich das so ein bisschen, weil mich das an meine Kindheit erinnert. Und ich glaube, ich werde da reingehen und das Spiel einfach mal unterstützen und gucken, was dabei rauskommt. Also Story-getriebenes Einspieler-Adventure-Spiel auf GameFund. Witchbound. Genau, wir werden euch auch die Links, den besten Links, sag ich mal, den wir finden zu dem Spiel, jeweils, ob es jetzt bei BGG ist oder schon eine Forscherseite bei GameFund oder Kickstarter gibt, den werden wir euch drunter packen. Es gibt, ihr werdet merken, bei einigen Spielen hier ist es ja auch noch nicht so viele Informationen, aber wir packen euch immer ein bisschen, dass ihr euch das links mal anschauen könnt, was wir uns hier gerade angeschaut haben, dass ihr euch das weiterverfolgen könnt. Also es gibt tatsächlich hier auf BGG zu Witchbound, könnt ihr in diesen Forumsbeitrag klicken und hier hat er Everything Wargames. Ah, okay. Ja, cool. Da hat er, das ist aber auch eine übelste Wall of Text hier da reingeprügelt. Wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich das ja mal durchlesen. Bock drauf hat, kann sich das ja angucken, was genau passiert. Ich warte einfach auf das erste Video, was kommt hier. Naja, wer das möchte, kann sich das gönnen. Dann machen wir weiter und zwar mit Chesney. Dieses Spiel ist gerade gestartet. Ich dachte, das kommt jetzt erst noch, aber es ist schon gestartet und das handelt sich hier um ein Social Deduction Game. Aktuell ist es noch nicht finanziert. Doch, hin war es das noch nicht. Ich glaube, es ist relativ, vielleicht ist es heute erst an den Start gegangen. Also als ich mich über das Spiel schlau gemacht habe, war es noch nicht gestartet. Wie die Mausseien. Oh, heute mal kurz. Oh, durchstrecken. Chesney, ein Social Deduction Spiel. Ich versuche dauernd auf dem Stream-Bildschirm zu scrollen, aber ich bin hier auf meinen anderen. Habe ich vorhin auch gemacht, ja. Also, ihr könnt es mit fünf bis zehn Spielern spielen, wobei jeder Spieler so ein kleines Playerboard hier hat und ihr bekommt immer zwei Fraktionskarten. Es gibt insgesamt vier verschiedene Fraktionen, den Fuchs, den Bär, was ist das andere, ein Hirsch und Drache, glaube ich. Der König ist gestorben und die Fraktionen ringen jetzt halt um die Herrschaft. Und ihr bekommt halt pro Runde immer zwei Fraktionskarten ausgeteilt und dann entscheidet sich, welcher Fraktion ihr diese Runde angehört. Und zwar haben die verschiedenen Nummern drauf, diese Fraktionskarten. Also, da könnte eine Eins drauf sein mit einem Fuchs und eine Fünf mit einem Bären. Und der höheren Fraktion gehört ihr an. Bei Gleichstand gehört ihr beiden Fraktionen an. Und dann geht es darum, dass in der Mitte Kämpfe ausgefochten werden und ihr wollt eine Überzahl einer Fraktion gewinnen. Man kann quasi Spieler, also nicht eliminieren, man kann ihnen aber ihre drei Lebenspunkte klauen. In der Mitte werden halt immer Actionkarten ausgespielt. Da gibt es Karten wie, decke eine Fraktionskarte auf, tausche Fraktionskarten unter Spielern, heile einen Spieler oder mache Schaden an einen Spieler. Daraufhin können die anderen Spieler auch einsteigen. Also jetzt mal angenommen, ich denke, du bist nicht Fuchs, so wie ich. Und die anderen Spieler am Tisch merken das auch, die Fuchs sind. Jetzt hauen wir alle dich platt. Jetzt haben wir dich platt gemacht. Wenn du null Leben hast, bist du noch im Spiel drin, kannst an der Runde auch noch teilnehmen, aber fliegst halt aus ein, zwei Ratingmechanismen raus, kannst nicht mehr so viele Handkarten halten. Also es ist schon ein Debuff für dich. Also du bist schon schlechter deswegen. Und wenn ein Spieler rausgehauen wurde, findet eine Abstimmung am Tisch statt. Jeder nimmt dann halt eine Fraktion, von der er möchte, dass sie gewinnt, in die geschlossene Hand. Alle halten die in die Mitte, decken die auf. Und wenn zum Beispiel die meisten Füchse dabei sind, dann hat die Fuchs-Fraktion gewonnen. Die Leute decken ihre Karten auf. Und alle, die einen Fuchs haben, kriegen drei Punkte. So, und dann werden die Karten wieder eingesammelt. Du hast übrigens auch, jeder bekommt einen asymmetrischen Helden am Anfang. Also mit Spezialfähigkeit. Den kannst du einmal benutzen im Spiel. Oder pro Runde. Ich weiß, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, und dann werden die Fraktion, wenn ich es richtig verstanden habe, die Karten wieder eingesammelt, werden gemischt und wieder neu ausgeteilt an alle. Und alle kriegen wieder ihre drei Lebenspunkte. Und das Ganze geht über drei Runden. Und wer die meisten Punkte hat, der gewinnt. Also man ist immer kooperativ für eine Runde. Wenn wir feststellen, ah, wir sind beide Fuchs-Fraktionen, dann müssen wir alle anderen ausradieren, damit die Füchse diese Runde gewinnen. Aber in der Runde danach kann sich das schon wieder ändern. Und das wird über drei Runden gespielt. Ich finde das Ganze ziemlich neckisch, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und was haben wir denn hier? Der Retailer-Pledge? Nee, der kommt ja für uns nicht in Frage. Guck mal, wir haben hier den Deluxe-Pledge mit Miniaturen. Da geht für 65 Euro raus. Aber wenn man sagt, Miniaturen brauche ich jetzt nicht, ja, dann bist du bei 36 Euro für die Basis-Version, ne? Okay. Ja. Also durchaus eine übersichtliche Geschichte. Man kann jetzt natürlich, wenn man gerne möchte, hier, ich finde das Artwork relativ interessant. Die Figuren sind alle gesichtlos und weiß. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ja, es sieht interessanter aus auf dem Artwork, definitiv. Und ja, also man kann es jetzt hier halt noch mit Standys machen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich notwendig ist, weil die Standy packst du dir, glaube ich, nur auf deine Karte rauf. Also der hat ja im Spiel keine Relevante. Alle schmeißen ja immer nur ihre Karten in die Mitte des Tisches, um dann halt eben abzustimmen oder irgendwas zu machen. Und ja, Chesney läuft gerade. Ich finde es sehr interessant. Ich glaube, ich gehe da rein, weil ich ja gerade Social Deduction irgendwie so ganz cool finde. Und wenn ich jetzt so sage, ich nehme hier diesen 36 Euro-Pledge, der ist ja nun wirklich nicht übertrieben. Da kann man ja mal, kann man ja einfach mal reingehen und eben gucken, was dabei rauskommt. Ja. Ach, hier hast du die ganzen, aber weiß ich nicht. Ja, also ist ja fast doppelt so teuer dann. Ich meine, warum? Also muss ja dann noch in dem Fall einfach nicht sein, ne? Vorzu, genau. Lohnt sich ja einfach nicht. Okay, dann switch mal wieder um auf dein Bildschirm. Martin, du bist zurück. Ist das schön. Ach, I'm back in action. EU. 20 Euro in der Grundbox. Ja, sind wir bei... 20 Euro? Sind wir bei 55 Euro. Muss ich mal gucken, ob da Tax dabei ist. Mal schauen. Mal schauen. Wäre natürlich auch wichtig, ob das überhaupt auf Deutsch kommt, weil gerade bei diesen Social Deduction Games, die dann so kardgesteuert sind, wo alle Karten in der Hand haben und verstehen müssen, was da draufsteht, ist es natürlich deutlich schwieriger, fünf bis zehn Leute an den Tisch zu kriegen, die alle Englisch können. Das stimmt. Ja, es kommt auf, glaube ich, Chinesisch, wenn ich das richtig verstehe, und Englisch. Ah, damit könnte sich das Spiel gerade ins Auskicken, weil dann hast du ja wirklich ein Problem, wenn du sagst, du musst auch noch darauf achten, dass du zehn Leute an den Tisch kriegst oder was, die auch noch Englisch können. Mal gucken. Okay, weiter geht's. Du bist dran. Gut, machen wir weiter mit... Was ist das hier oben noch? Echt, ist schon wieder irgendwelche... Ach, egal. Keine Ahnung. Gut. Also, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bin ich ganz ehrlich. Flo... Flöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alles so geplant, alles so geplant Außer, dass es von dem Macher von Parks ist Und das Ganze wird von dem Verlag Verlegt, was auch Endless Winter gemacht hat Das sind jetzt so grundsätzlich, ihr seht Warte, ich klicke mal hier Also das Design ist halt super niedlich Das Design sieht ultra geil, also ich finde es sieht mega, mega geil aus Ja, es ist wieder so eine arktische Welt Es ist aber nicht im Cinematic Universe von Endless Winter Habe ich so einen kleinen Talk geguckt, das war ganz witzig Ist ein Multiverse Also es hat damit erstmal grundsätzlich nichts zu tun Aber es sieht wirklich sehr sehr schön aus So ein Abenteurer-Spiel soll das sein Aber es gibt tatsächlich noch nicht so viele Es ist ein Plättchenlegespiel Wurde glaube ich gesagt, habe ich irgendwo gelesen Genau, man bewegt sich so über Eisschollen Drüber und kann dann halt Sachen entdecken Ja, so ein bisschen Concept Art Das hier drin, viel mehr gibt es leider noch Das ist schon sehr sehr niedlich Das erinnert mich ein bisschen an Title Blades, muss ich sagen, oder? Da gibt es doch auch diesen Molch, der so Das stimmt ja, das stimmt Ja, also ich finde, ich bin sehr gespannt Die Informationen halten sich in Grenzen Ich glaube, es wird jetzt nicht so ein mega teures Spiel Weil selbst Opfel Parks hat ja auch Es soll auch nicht so schwer sein Ja, stimmt Es ist schon so Richtung Parks angesiedelt vom Schwierigkeitsgrad her Aber es soll halt so ein Entdeckerspiel und so im Eisland sein Gegeneinander Ich habe auch leider nicht herausfinden können, wann es online geht Stand leider nicht da Genauso wie beim Also wir bleiben jetzt mal Das ist jetzt nicht Ist das mein zweites Spiel? Eigentlich gehört das mit direkt dazu Defenders of the Wild Ein Rating 8,0 Läuft Der Creator Genau, also der Creator von Parks hat da auch mitgewirkt Allerdings hier jetzt erst am Ende Also quasi das Spiel Aber wenn der Creator sich eine 8,0 gibt Heißt das, er ist nicht überzeugt von dem Projekt? Ja, eine 10 ist jetzt halt nicht Der hätte besser sein können, aber Also auch hier haben wir Ich weiß gar nicht, gibt es glaube ich nur das Da gibt es tatsächlich bisher nur dieses Eines Bild Das Ding und Interview Das Ding und Interview Das Interview habe ich mir Ich habe es mir angeguckt Haben so ein bisschen drüber geredet Es klingt und sieht auch so ein bisschen aus Wie rude, muss man jetzt mal sogar vom Grundsatz sagen Also Tiere des Waldes Es gibt asymmetrische Faktionen, die gegeneinander kämpfen Thematisch ist es so, dass die Tiere halt auch so Man sieht es hier auch so Amputation Jetzt habe ich auf dem Bildschirm gezeigt Wow Also amputierte Beine und sowas haben Sieht man hier so dran Er hat hier so einen Roboterarm zum Beispiel Also die Tiere sind Kriegserfahren, wenn man das so sagen kann Haben sie so ein bisschen so gesagt in dem Interview Und es soll ein relativ düsteres Setting sein Gut, das sagt das ja auch schon aus Sondern mit diesem Krieg gegen die Maschinen Und scheinbar gibt es halt Man kann, wenn das so ist wie hier, weiß ich nicht Es gibt vier Fraktionen, haben sie gesagt, im Grundspiel Die halt asymmetris sind Maschinen Dann vielleicht einmal hast du die Füchse oder so Und die sollen wirklich auch einen unterschiedlichen Approach haben Also ich finde, das klingt schon sehr rude ähnlich Allerdings gibt es hier wohl eine kooperative und eine kompetitive Variante Was sich durch ein paar Spiele durchzieht, die ich hier später noch drin habe Das ist scheinbar jetzt so ein Trend, dass man sagt, man kann es Koop oder gegeneinander spielen Interessant, also da muss man gucken, wie gut sowas dann gebalanced sind Ob sich das gut spielt Ich meine, Viti Culture kam jetzt auch eine kooperative Variante raus Habe ich eher so gemischte Sachen gehört Es ist halt, so weiß ich nicht, ob man Viti Culture als Koop-Spiel braucht Wir haben es noch nicht getestet, aber vom Grundsatz her Ich finde es eigentlich immer besser, wenn man sich für eine Sache entscheidet Aber schauen wir mal, es sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus Mehr kann man dazu aber leider auch noch nicht sagen Und auch da habe ich keinen Termin gefunden Es gibt bisher wirklich dieses eine Bild Und die haben aber auch in dem Interview auch gesagt, dass sie unterschiedlichen Fraktionen mit den Maschinen unterschiedliche Sachen anfangen können Also wenn man jetzt zum Beispiel so rechts unten diese Echse sieht, die sich ja die Maschinenteile angeeignet hat Um so ein Bio-Mutant zu werden, sich die Teile ranzustecken oder so Also bionisch gesehen, können die da was anfangen Die magischen, müssen die Maschinenteile irgendwie opfern oder so Aber ich finde, was man hier auf jeden Fall wieder sagen kann Der Design geht halt über alles Also du siehst nur diese Box Und von der Box her würde ich schon sagen, ich kaufe es Ja, ist wirklich so Zumindest gucke ich mir die Kampagne an Weil das sieht halt super interessant aus Und dann noch mit asymmetrischen Fraktionen, die da im Wald gegen die Maschinen verteidigen müssen Ja, hat mich auf jeden Fall schon das Bild alleine gehuckt Definitiv Dann würde ich jetzt mal fix noch eine Sache machen Weil dazu kann man tatsächlich noch weniger sagen Dann gehen wir wieder zu dir rüber Spiritfire von Orange Nebula Die auch Unsettled gemacht haben und die auch Vindication gemacht haben Vindication habe ich noch nicht gespielt Ich habe aber im letzten Podcast auch drüber geredet Unsettled spiele ich gerade mit Oli zusammen Und finde es mega geil Und hier sieht es jetzt Also erstmal, wirklich mehr gibt es nicht Also es gibt ein kurzes Video Da taucht aber immer nur so ein bisschen Schrift auf Da steht Coming 2022 Ich weiß, es sollte Ende 2022 kommen Sollte man mal aktualisieren, wa? Deswegen denke ich, dass es relativ zeitnah neue News dazu gibt Hoffe ich zumindest Weil, ja Es ist halt irgendein Abenteuerspiel Mehr kann man dazu noch nicht sagen Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben Weil einfach ich Orange Schneebeler cool finde Weil die auch scheinbar ein sehr, sehr kleines Team sind Und man bei diesem Unsettled mit diesem Humor, der da so drin ist Also die nehmen sich selbst nicht zu ernst Und das fand ich sehr, sehr cool Und deswegen bin ich gespannt Das soll von denen das Spiel sein, warum sie den Verlag gegründet haben Also sie arbeiten schon extrem lange dran Und das ist das, warum Also das ist das Spiel, was sie machen wollten von Anfang an Deswegen schauen wir einfach mal, was daraus wird Es scheint ja von denen ein sehr, sehr großes Projekt zu sein Ich bin hot Vindication ist ja grundsätzlich auch Ein sehr, sehr beliebtes und sehr gutes Spiel anscheinend Weil es neue Mechaniken drin hat Die wohl ziemlich cool sind Jetzt haben sie mir letztens angezeigt Vindication, du kannst in so einen Late Pledge mit reingehen Weil du kriegst es ja auch sehr schlecht Das ist auch relativ teuer Und in dem Late Pledge ist nochmal die All-In-Box drin Mit allem, was es gibt von dem Spiel Inklusive Inlay und allem Und da bist du bei knapp über 300 Euro Natürlich Klingt aber erstmal super interessant Ja, in dem Text standen halt zwei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe Es ist ein Exploration-Game Es fokussiert sich aber auch stark auf Character-Development Und es wird keinen Kampf geben in diesem Spiel Also keine Kampfmechanik Fand ich interessant Deswegen schauen wir einfach mal Aber mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen Schauen, das ist dann halt, wenn es rauskommt Da kann man da bestimmt auch nochmal Irgendwo das nochmal erwähnen Podcast, wenn da wirklich was genauer drüber zu bekannt geworden ist Ich möchte aber auf jeden Fall an dieser Stelle mal erwähnen Da steht halt noch, jetzt am 13.01. Coming 2022 Ich meine, die haben doch im Dezember schon gewusst, dass es nicht kommt Das heißt, sie haben seit anderthalb Monaten Zeit gehabt, das zu aktualisieren Ich will einfach nur mal darauf hinweisen Wenn wir hier ab und zu mal unprofessionell erscheinen Die mussten einfach nur ein Bild aktualisieren Dann kriegen das seit anderthalb Monaten nicht auf die Kette Das stimmt Ja Also wirklich bei denen Ich klicke einmal hier kurz drauf Das ist die offizielle Website Darf man sich selber nicht zu ernst nehmen Mehr gibt es nicht Ihr könnt euch informieren lassen Und dieses kleine Video gibt es Das war's Das ist doch ein Video Ein kleiner Trailer Wie gesagt hier Aber guck mal, warte, ich scrolle mal rein Es ist perfekt Werbung Es ist wirklich nur Schrift und so ein ganz klein bisschen Artwork im Hintergrund Das war's Ja Also da sagt das von Chip Studio Games Leute, guckt euch den Trailer an zu dem Elder Scrolls Ding Der sagt mehr aus als das jetzt hier Muss man dazu sagen So Dann Martin Machen wir mal mit dir weiter, würde ich sagen Switch mal wieder zu mir Also wir lassen dich mal wieder verschwinden Verschwinden die Busse Wir kommen zu Nekojima Nekojima ist von Unfriendly Games Und soll vermutlich im März diesen Jahres an den Start gehen Und aktuell gibt es von denen ein Video Was so passiert Und es wirkt Also es ist von einem ganz kleinen Studio Die meines Erachtens glaube ich in Frankreich ansässig sind Und es wirkt so ein bisschen wie ein gepimptes Jenga Ich finde das ganz nice Du hast hier diese Platte in der Mitte Und du würfelst dann zu Beginn immer mit zwei Würfeln Und die sagen dir, wo du das draufstellen musst Was du jetzt machst Welche zwei Sachen du verbinden musst Und dann ziehst du aus dem Sack auch noch einen Cube Der dir ansagt, welche Farbe du spielen musst Also grün jetzt halt Das sind die grüne Strippe Und jetzt stellst du die da hin Und es gibt gewisse Regeln Also man darf die nicht eindrehen etc. Wenn du den nächsten platzierst, dürfen sich die Strippen nicht berühren Und du musst halt immer wieder irgendwas aufstellen So wie es gefordert ist Ohne dass sich die Dinger berühren Und dann gibt es halt noch so Sachen Die musst du ranhängen Die so ein bisschen für Instabilität sorgen Du kannst die Dinger auch stapeln Und so entsteht halt am Ende dann doch Ein ganz schönes Pulk aus Kuddelmuddel Ja und wenn dann halt irgendjemand dann noch kommt Und irgendwas platzieren muss Gut, das ist jetzt ein bisschen hartlich Aber du kommst dann das ganze Konstrukt ein Und du hast halt verloren Wie gesagt, sieht ein bisschen aus wie Ein gepimptes Jenga Ich finde es interessant, muss ich sagen Also vielleicht so für mal Ein Warm-Up-Spiel Ein Freundin- und Familienabend Also auch so gerade mit Kindern Finde ich das schon ganz lässig Interessant Einfach mal angucken Man at Work spielen wir ja auch öfter Also tatsächlich ist ja auch ein Geschicklichkeitsspiel Wo man so Sachen übereinander stapelt Das kann man immer mal wieder rausholen Und da das halt wirklich easy ist Das sieht ja jetzt auch aus Als wäre es eher so familienspielmäßig Hast du ja auch gesagt Definitiv ab und zu mal ein Geschicklichkeitsspiel Muss ich nicht immer haben Aber ab und zu, wenn es ein Coole gibt Kann man sich sowas definitiv auch mal anschaffen Und dann am Abend Jeder schon drei Gin Tonic drin Dann wird das Geschicklichkeitsspiel richtig interessant Oh ja Aber man kann sicherlich auch ohne Alkoholgenuss spielen Sicher Kommen wir zum nächsten Harrow County Der Kickstarter für dieses Spiel lief schon letztes Jahr im Oktober Von daher passt es nicht ganz in unsere Liste Aber bevor ihr jetzt Wutentbrannt abschaltet Der Pledge Manager Wird jetzt zeitnah online gehen Sie haben nämlich noch versucht zu klären In welchen Sprachen dieses Spiel rauskommt Das haben sie in ihrem letzten Update geschrieben Und sie haben gesagt Sie haben bis zum 10. Januar Bekommen sie Antwort Also Antworten Darüber Wer mitmacht Und wer nicht mitmacht Das Spiel ist von denen Die das Spiel Mind Management rausgebracht haben Das war ihr erstes Spiel Man ist so ein bisschen wie Wie heißt es denn? Wortfindungsstörung Hast du heute ein bisschen, ne? Ey, nee Diese Spielnamen Wenn ich so Dann fallen die mir immer nicht ein Zumal das ein Spiel ist Was ich damals nicht gespielt habe Scotland Yard Glaub ich war das Wo einer so verschwindet auf der Stadt Und dann gibt es so 3, 4 Leute Die müssen den jagen Müssen herausfinden Wo ist er langgelaufen? Wo könnte er sich gerade aufhalten? Und was macht er gerade? Haben wir mal gespielt Auf den B-Rex Days Fand ich recht interessant Muss ich sagen Und auf jeden Fall ein solides Projekt gewesen Und jetzt von denen Harrow County Kommt hier halt demnächst Harrow County ist grundsätzlich Erstmal ein Eins-gegen-eins-Spiel Mit asymmetrischen Faktionen Es basiert auf einer Comic Ja, das war das Ihr könnt euch hier gerne mal dieses Video angucken Ich will nur mal ganz kurz Hier in dieses Video reingehen Und das sind halt auch Bilder aus dem Comic Und es geht hier am Anfang darum Dass eine Hexe verbrannt wurde Das läuft Jetzt Dass hier am Anfang Eine Hexe an einem Baum verbrannt wurde Hester Und Hester ist gestorben Und komischerweise Viele Jahre danach Wurde an diesem Baum Tatsächlich ein Kind geboren Aber dieses Kind Ist halt Beschützt Die Menschen Und die Umwelt In der Umgebung Sehr witzig ist auf jeden Fall Dass die Du hast ja halt so Wie bei Ach, ich vergleiche nicht mehr mit anderen Kann ich reden Gucken Wie bei Shogun Hast du hier so eine Art Würfel Tower Das Witzige ist Mal gucken, ob man hier irgendwo die Szene sieht Ah, genau Der Würfel Tower ist quasi In der Box mit drin Das finde ich ziemlich witzig Ja Und Ihr habt in diesem Spiel Auf jeden Fall Einmal die Familie Die möchte gerne Die Dorfbewohner Zerstören Und davon gibt es Vier verschiedene Karten Die man da wählen kann Oder fünf Oh, sogar sechs Entschuldigung Sechs verschiedene Hier sind noch welche Unlocked worden Also sechs verschiedene Könnt ihr euch eine aussuchen Von denen, die die Stadt Zerstören wollen Und dann gibt es halt hier Die Fraktion Die Protectors Wo auch die Emmy dabei ist Die unter dem Baum Geboren wurde Die sind ein bisschen asymmetrisch Die funktionieren unterschiedlich Die einen haben so Ein Backbuilding Mechanismus Und die anderen so Ein Tableau Mechanismus Und dann läuft man halt Über dieses Spielfeld Was hier gerade gezeigt wurde Hier rüber Und versucht sich gegenseitig So ein bisschen zu ärgern Cool finde ich Es ist wieder so In Missionen aufgeteilt Also in fünf Missionen Wenn man die fünf Missionen Gespielt hat Dann kommt eine dritte Fraktion Dazu Und zwar Hester Die Hexe Und dann kann man das Spiel Tatsächlich auch zu dritt spielen Einer spielt Hester Und das hat die Bonus Fraktion Dann wurde während der Kampagne Noch Kami freigeschalten Das ist noch eine Fraktion Damit kann man das Spiel Dann sogar zu viert spielen Verrückt irgendwie Finde ich So vom Konzept her Ja das finde ich auch so Dass man die freischaltet Also Hester ist auf jeden Fall Und Hester ist außen vor Das ist total witzig Die kann den Die hat hier so Snakes Das zeige ich mir nochmal In dem Video Weil das total lustig ist Ach ja die kann man Ja ich weiß was du meinst Die kann Die kann den Figuren Die schon auf dem Feld sind Von den anderen Spielern Kann die ihre Viecher Hier in die Rübe rein rammen Und kann die Kontrolle Über die übernehmen Also man kann seine Figuren Immer noch selber steuern Aber Hester kann sie auch steuern Und so versucht man halt Das Land zu verbrennen Und ja Das klingt für mich alles Sehr sehr stimmig Muss ich sagen Wenn man die fette Box nimmt Kriegt man hier so eine Tragetasche Mit Lederriemen dazu Alles Metalltoken Und bekommt sogar Die drei Comics Mit dazu Das finde ich relativ witzig Aber das ist natürlich Gut 130 Dollar Ist halt auch wieder Eine fette Ansage Wenn ja dann noch Alles oben drauf kommt Und klingt erstmal Alles interessant Rado find's gut Rado find's gut Nein Wirklich Ja ja Der find's gut Ist ja wunderbar Ja ich werde hier Auf jeden Fall reingehen Ich warte jetzt darauf Dass der Pledge Manager Aufmacht Der Late Pledge hier Und dann werde ich mir Das Spiel auf jeden Fall holen Mal gucken in welcher Edition Auf jeden Fall mindestens Deluxe Weil da sind die Feen mit drin Ich will ja alle Fraktionen haben Ich find's lustig Dass sie so eins bis drei Spieler Und sagen erstmal Nein es ist ein eins gegen eins Und dann aber so hochskalieren Finde ich richtig gut Harrow County Jetzt zeitnah Der Late Pledge Offen Ja das ist zum Beispiel ein Spiel Was er mir gar nicht angezeigt hat Von vornherein Ja Algorithmus Haben wir ja schon mal gesagt Bisschen komisch 200.000 Euro Irgendwie finanziert Das hier 300.000 kanadische Dollar Sind glaube ich 200.000 Dollar Sehr eigenartige Schichte Aber für mich Super interessantes Spiel Mir gefällt das Artwork Die asymmetrischen Fraktionen Und ich find's geil Erinnert mich so ein bisschen An Pagan oder Pagan Ich wollte es gerade mal sagen Wenn du es nicht gesagt hast So rein vom Look her Auf dem Board Und dann mit Laufen Und ich find's super interessant Werd hier auf jeden Fall reingehen Ja Switch mal wieder zu dir Wir switchen Ich muss mal Sprechpause hier Kriegen die Folge voll hier Eieieiei Ich war über so Mal als Information Wir wollten eigentlich Haben wir gedacht Hier komm Machst du mal Eine ganz entspannte Folge Hier aus der Hüfte geschossen Abkamen Kickstarter Und tatsächlich Haben wir uns jetzt Haben Es wurde 2021 Genau irgendwie so Das coole ist halt Da die Kampagne schon mal Online war Sieht man eigentlich schon Relativ viel davon Also das Ganze wird verlegt Von Skybound Und dann seht ihr halt hier Habt halt quasi eine Arena Habt viele coole Miniaturen dabei Was die ja sehr gut können Das haben wir jetzt schon Bei einigen Sachen Die auch von Skybound Verlinkt wurden Gesehen Und ihr habt asymmetrische Helden Die ihr quasi spielen könnt Jetzt ist auch hier wieder interessant Zumindest war es damals der Fall Das soll wohl Koop Oder kompetitiv gespielt werden Können Und es ist ein bis acht Spieler Was ich ziemlich krass finde Also acht Spieler Bei so einem Spiel Ist schon eine Menge Wenn jeder auch ein bisschen Was machen soll Bin ich gespannt Das ist allerdings Würfelbasiert Also ihr habt zumindest War das hier Auf der Da standen irgendwie Ganz ganz viele Würfel Irgendwo habe ich dann das gelesen Ja ich glaube hier sieht man die auch Auf dem Bild Also es scheint ein Würfelkampf zu sein Ähm Wie das gemacht wird Ich Wollte damals reingehen Ähm Weil ich es halt interessant Weil ich es Artwork mega geil fand Und halt ein Boss Battle Eigentlich Nicht Boss Battle Arena Kampf Sehr cool fand Und Annika Aber leider Jetzt fällt mir jetzt nicht ein Martin Das Spiel Das haben wir Hä Meinst du hier Was hier hinter mir steht Ja Wie heißt es denn Mann Sag ich dir Fantasy Brawl Fantasy Brawl Genau Das hat Annika ja nicht so gut gefallen Deswegen habe ich gedacht Vielleicht kann ich sie damit nochmal Dazu überzeugen Und Aber das ist ja Man kann es ja auch kooperativ Kann man ja diese Monster klatschen Genau Oder man kann auch Kooperativ Äh 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 Kompetitiv gegeneinander spielen Und die haben das Spiel ja glaube ich Vor über einem Jahr geraced Oder anderthalb Als hatten die das rausgebracht Februar 2021 Februar 2021 Und die Schon eine Weile her Spielerschaft hat wohl die Spielmilch Harnik sehr stark kritisiert Und haben die dann gesagt Was ich einen super Schritt finde Und auch echt krass ist Sie haben gesagt Weil sie so lange An dem Spiel gearbeitet haben Und das halt auch so So ihre kleine Perle war Die sie eigentlich da rausprügeln wollten Haben sie es wieder rausgenommen Weil sie gesagt haben Nein Die Leute haben recht Es ist noch nicht so Wie wir es gerne hätten Wie wir es machen wollen Und deswegen brechen wir die Kampagne ab Und man muss ja dazu sagen Jetzt kommen sie Ein Jahr später Und mit der nächsten Also die haben jetzt Zwei Ach 21 21 Okay Das war finde ich so krass Ne Das ist Das ist echt Eine heftige Maßnahme Wenn du sagst Okay Wir nehmen das Spiel nochmal raus Weil es zu stark kritisiert wurde Und kommen zwei Jahre Zwei Jahre Überarbeitung Eigentlich muss man da fast reingehen Weil es kann ja gar nicht schlecht sein Druid Games hat Borderlands War gemacht Und wenn die jetzt nochmal Zwei Jahre an so einem Spiel Überarbeiten Also Ich bin auch super gespannt Und ich hole es halt vom Artwork Auch total ab Und dadurch dass man es auch Bis acht spielt Das finde ich halt sehr sehr interessant Muss ich sagen Bei so einem Spiel Was er jetzt Doch auch ein bisschen Umfang hat Ihr seht ja auch schon Es ist halt auch nicht ganz günstig Der Warrior Pledge War 125 Dollar Und dann wenn ihr hier alles haben wollt Könnt ihr da richtig reingehen 200 Dollar Also das war dann wieder ziemlich heftig Aber ja Es sollte Ende 22 relaunchen Habe ich mir noch aufgeschrieben Das heißt Es kann ja jetzt eigentlich Nicht mehr so lange dauern Normalerweise Aber irgendwie Haben die das alle nicht so mit Updates Also irgendwie nochmal schreiben Ja ne Leute Ne 22 wird nichts hier Kommt März 23 oder so Es wäre ja mal ganz interessant gewesen Aber ne Schauen wir einfach mal Es sollte aber nicht mehr allzu lange dauern Dann komme ich jetzt zu meinem Ist das mein Vorletzertitel Oder mein letzter Titel Ja Mein Vorletzer Okay Dann komme ich zu Transhumanity Wo leider tatsächlich Auch nicht viel mehr Bildmaterial ist Als Das Das ist von Mindless Games Du machst ja auch einfach ne Suchst ja einfach irgendwelche Spiele raus Wo es nur ein Bild gibt Ja das ist total entspannt Aber ich kann ja gar nichts zu sagen Es gibt nur kein Artwork Info Ich habe ein paar Infos Habe ich dazu auf jeden Fall Also erstmal ist es von den Machern Übrigens Wäre ich mal ganz kurz nochmal zu erwähnen Bevor du hier komplett loslegst Ja Das Bild sieht hart AI generiert aus Stimmt schon ja Da haben die in der AI einfach reingeprügelt Was sie sehen wollen Das ist rausgekommen Das haben die als Cover genommen Nein Ist jetzt kein Vorwurf Sieht ja gut Sieht ja gut aus Würde ich auch so machen Warum nicht Sieht ja gut gemacht aus Warum solltest du den Künstler dafür 5000 Euro zahlen Martin Der Artist ist NA Weißt du Bescheid Ja genau Das ist der Name von der AI Ja genau Also Jetzt kommen wir aber dazu Also von Mindless Games Die haben Perseverance gemacht Die haben Anachrony gemacht Bisher also sehr sehr heavy Euro Also noch kein gutes Spiel rausgebracht Genau Es gibt noch kein gutes Spiel von dir Ne also grundsätzlich sind alle Spiele von denen Sehr sehr gut bewertet Ich habe auch schon einige von denen gespielt Hast du Perseverance noch? Perseverance habe ich noch da ja Die erste Die erste haben wir schon gespielt Die zweite noch nicht Weil die zweite nochmal ein bisschen komplexer ist Wollen wir aber Also wollen wir nicht Wir haben es ja vorgenommen alles zu spielen Das heißt das spielen wir auf jeden Fall noch Ja Aber es sind halt alles heavy Euro Games Und hier habt ihr jetzt das erste Mal Ein komplett kooperatives Spiel von denen Ein Koop Kampagnenspiel Ist es mal schwierig ne Tausend Kampagnenspiele eigentlich gefühlt Kannst du gar nichts anderes mehr spielen Aber es ist halt interessant Dass die jetzt mal was anders machen Als wenn du nur wieder das nächste Euro Game rausbringst Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlecht Und das Ganze basiert auch auf einem Buch Es gab so ein Das habe ich mir vorhin auch durchgelesen Es gab so ein Wie nennen sie das? Das ist blib oder lieb Und Dann verändert sich quasi die Erde Und ist nicht mehr Kreist nicht mehr um die Sonne Sondern es ist so ein anderer Entfernter Stern Der da irgendwie ist Also es klingt nach einer sehr sehr abgefahrenen Storyline Und Es soll wohl sehr stark Mit einer Card Drafting Mechanik arbeiten Wo man dann entweder Die Welt ausbauen kann Oder seinen Charakter mit den Karten Irgendwie viel mehr steht hier auch In diesem Text nicht drin Aber Das ist halt auch wieder so Ich finde es klingt erstmal interessant Ich finde es sieht auch cool aus Dieses Coverbild Aber da muss man natürlich schauen Kampagnenspiel Ist das wieder so ein Weiß ich nicht 60 Stunden Kampagne Das ist immer schwierig Ich weiß nicht Tainted Grail hat Spaß gemacht Aber ich kann mir nicht Fünf Tainted Grails holen Weil ich schaffe ja Wir haben immer noch nicht Die zweite Kampagne angefangen Hat ein bisschen damit zu tun Dass du gesagt hast Ihr fandet es halt nicht so gut Aber grundsätzlich Wollen wir es trotzdem probieren Aber irgendwie Hat man wieder so viel anderes Zeug Deswegen Ich finde es sieht interessant aus Schaut es euch mal an Minecraft Games hat bisher Auf jeden Fall kein Spiel gemacht Wo Alle gesagt haben Ist scheiße Also bei den meisten Games Waren alle ziemlich begeistert davon Die meisten waren aber auch Sehr komplex Muss man dazu sagen Von den letzten Was sie rausgebracht haben Ja soll ich mein letztes Spiel Gleich machen Martin Oder wollen wir erstmal noch zu dir sprechen Ja dann mach gleich dein letztes Dann sparen wir uns da nochmal Den umswitchen Okay Dann kommen wir zu einem düsteren Thema Die Hölle Von den Machern Die auch Nicht Planet Apocalypse Sondern Chronicles of Drunagor Gemacht haben Genau Von den Machern von Chronicles of Drunagor Ist es hier auch wieder Ein Kampagnen Spiel Ich wollte es euch einfach nochmal gezeigt werden Weil ich finde Dass es vom Artwork her Schon sehr sehr geil aussieht Hier gibt es auch Auf jeden Fall schon Ein Pre-Kampagnen Update Wo Warte Hier gibt es irgendwo Bilder Ah ja okay Sehr gut Hier gibt es auf jeden Fall schon Bilder Ihr spielt euch durch eine Storyline Die sich komplett um die Hölle dreht Ihr seht hier Das ist wahrscheinlich wieder So ein richtig krass Miniaturenlastiges Spiel Eins bis vier Spieler Ihr spielt kooperativ Und das ist wohl nach der Story von The Divine Comedy Bei Dante Dante Giri Also ich kannte das nicht Hab davon vorher noch nichts gehört Aber ihr seht auch Das Spiel heißt halt auch Heißt auch Dante Genau Also das ist halt Nach dieser Story Ist wohl diese ganze Ist das Ganze so Nachempfunden Und sie sind halt hier Was ich gelesen habe Jetzt auch noch Krass im Designprozess Von den Spielmechaniken Steht hier noch nicht so viel Und Ihr seht aber hier Ist halt auch super düster Von der Storyline Ich meine auch das Chronicles of Dunagor Das ist ja auch so alles Da gab es auch die Erweiterung Mit dem apokalyptischen Reitern Etc Und hier sind sie auch wieder In der Richtung Hölle unterwegs Und ihr seht das ist halt bisher Auch wirklich alles Was man dazu lesen kann Also Ne Aber so wie das aussieht Und von wem das ist Das wird glaube ich Ein großes Projekt Das wird dick finanziert werden Bin ich mir auch sehr sicher Das wird bestimmt Ein richtig fettes Ding Da kannst du wahrscheinlich Auch wieder richtig viel Geld Darin verbraten Aber ihr könnt auf jeden Fall Der Kampagne folgen GameFound Genau ist diese Kampagne hier Kann man schon Folgen schon fast 10 9200 Leute Folgen dem Projekt schon Das ist schon eine Menge Also Ja Und Ab jetzt haben sie noch keine Das war Meine Letzte Sache Ja ich hab irgendwie nur Vorne raus irgendwie Was gehabt Wo wirklich viel dazu bekannt war Obwohl die Sachen alle Nicht so lange auf sich warten sollten Gibt es leider bei vielen Noch nicht so richtig viele Informationen Ich weiß gar nicht Gut früher hat man tatsächlich auch Ich weiß gar nicht wie die alle In deiner Liste gerutscht sind Ich weiß gar nicht wie die alle In deiner Liste gerutscht sind Dann switche ich jetzt Einmal wieder zu dir Martin Also Martin Wink einmal Wir verabschieden uns wieder Von deinem Bild Von meinem Gesicht Meinst du Da sind wir Ich habe auf jeden Fall Hier Inarus Fallen Rausgesucht Und Das ist ein Eins gegen eins Bettler Der ist mir schon eine ganze Weile Aufgefallen Weil mich das Design halt Irgendwie so ein bisschen An League of Legends erinnert Das Design-Sidechnal Also das finde ich Wo man so Gegeneinander läuft Und Das hat auch so eine Relativ lustige Mechanik Von Halmar Wenn man es geschafft hat Mit einem seiner Charaktere Bis zum Gegner hinten Durchzulaufen Dann kann man dem so eine Maske Aufsetzen Und dann kriegt er Spezialfähigkeiten Und Ja Ja das Design ist halt Super witzig Und Genau man spielt Eins gegen eins Und wenn man Okay hier ist Wenn man Gegeneinander kämpft Also man muss hier so Verschiedene Spots einnehmen Und dafür kriegt man Punkte Und wenn man In das Feld eines anderen Reinläuft Dann kommt es zum Kampf Und dann platziert man Beide Figuren Also ein hier Und ein da Und man kann den Gegner Dann halt immer angreifen Wenn man die passenden Handkarten hat Und Dann wandert der Auf seiner Leiste Immer weiter nach hinten Und du halt eben auch Und so eine kleine Witzige Mechanik Ist halt Umso weiter der nach hinten Gewandert ist Desto mehr Benefit Hast du davon Wenn er Verreckt Und er kann das halt Bis zum Ende halt Ausspielen Und kann es versuchen Wenn er allerdings Bis ganz hinten kommt Kriegt er nochmal Eine Strafe Er kann aber auch Vorher aufgeben Den Kampf Also es ist so ein bisschen Du weißt ja nicht Welche Handkarten Ich habe Es kann auch sein Dass ich überhaupt Keine passenden Handkarten Mehr habe Um dir da einen Rein zu prügeln Kann aber doch sein Und dann ist für dich Halt auch so ein bisschen Gambling Dass du sagst Gebe ich jetzt auf Weil ich denke Der hat noch die passenden Handkarten Oder kämpfe ich weiter Und gehe das Risiko ein Dass er mich nach hinten Auf den letzten Spot schickt Damit ich noch richtig Bestraft werde Und ja Das gibt auch nur Drei oder vier Aktionen Die man in dem Spiel Machen kann Also es ist relativ schlank Aber es sieht halt Megamäßig gut gemacht aus Und ich finde es Interessant Ich habe zwei Meinungen Jetzt von dem Spiel gehört Die eine Meinung war Es ist relativ unausgereift Die Anleitung ist noch Ziemlich blöd geschrieben Und irgendwie Kommt es nicht so gut Die andere Meinung Da verweise ich mal Ganz kurz auf Diesen netten Herrn hier Oder den Kollegen Herren der Spiele Der hat davon Schon ein Preview Exemplar gespielt Und der ist Durchweg begeistert Von dem Spiel Finde das ziemlich cool Und knallt den Prototypen Regelmäßig auf den Tisch Also die besten Informationen Findet ihr auf jeden Fall Bei ihm hier Und ich bin auch am überlegen Ob ich in den Kickstarter Reingehe Ich glaube der soll Eigentlich gar nicht mehr So lange auf sich warten lassen Auch wenn hier steht Coming to Kickstarter 23 Ich glaube irgendwas Mit März Haben sie auch gesagt März, April oder so Folge ich schon eine ganze Weile Auf Facebook Auf jeden Fall Inaros vorlegen Könnt ihr mal auf eure Liste setzen Wenn ihr da Bock drauf habt Um mal so ein entspanntes Eins gegen eins zu spielen Das wäre halt so ein Spiel Wenn ich mir das hole Und das richtig gut einschlägt Und interessant ist Mit dieser Mechanik Mit dem Entdecken auf dem Feld Und könnte es sein Dass Clouds Bayer Dann bei mir auch auszieht Weil wenn das hier Eine abgespeckte Version davon ist 45 bis 60 Minuten Steht zumindest da Genau Wäre interessant Spielt sich schneller runter Versteht man vielleicht schneller Und dann würde Clouds Bayer Glaube ich bei mir ausziehen Wenn es hier das ungefähr Gleiche Spielergebnis Aber auch einfach ein bisschen Abgespeckter gibt Weil Clouds Bayer Dauert ja doch schon Eine ganze Weile Ja das ist richtig Dann kommen wir zu Andromedas Edge Das Spiel Ist von den Machern Von Dwellings of Elder Vale Und die haben sich jetzt Was völlig Verrücktes überlegt Die haben gedacht Lass mal Thema Lass mal Thema Space nehmen Das hat bis jetzt noch keiner gemacht Selten auch Stimmt schon ja Und Dwellings of Elder Vale Ins Space pressen Wer hier richtig tiefgreifende Informationen möchte Kann gerne auf den Kanal Von Quackerloop gehen Wenn er denn Englisch kann Weil der hat vor drei Monaten Tatsächlich schon mal Ein Vorab-Prototypen bekommen Das ist schon mal Eine richtig krasse Ansage Noch bevor die Prototypen kommen Und hat so ein bisschen Darüber gesprochen Er hat gemeint Die Grundmechaniken Von Dwellings of Elder Vale Wurden in diesem Spiel Aufgegriffen Und halt in Space gesetzt Man hat halt wieder So kleine Raumschiffe Die man bewegen kann Hier waren es bei Dwellings Insights die Worker gewesen Und diese kann man dann halt Eben auch In ein Gebäude verwandeln Indem man so ein Hütchen Oben drauf setzt Also Dwellings of Elder Vale Ist bei mir auf jeden Fall Sehr sehr gut angekommen Macht richtig Spaß Gordon fand es auch super Ja Das Einzige was wir kritisiert haben Ist dass der Kampf Ausbaufähig ist Und den haben die hier Tatsächlich ein bisschen Verbessert Also die Grundmechanik Des Kampfes ist gleich geblieben Man würfelt so viele Würfel Gegeneinander Wie man Kampfstärke Mit reinbringt in das Spiel Also ich habe jetzt zum Beispiel Ein fettes Schiff Und zwei kleine Komm auf fünf Gordon hat ein kleines Schiff Also hat er nur einen Würfel Und wir würfeln jetzt halt Die fünf Würfel Und den einen Würfel Und wer die höchste Zahl hat Der gewinnt Wenn Gordon jetzt also Eine sechs Würfel Und ich mit meinen fünf Würfeln Nur dreien Würfel Dann gewinnt er den Kampf Das war was Das haben wir bei Dwellings Ganz stark kritisiert Das haben die hier ein bisschen Abgefedert Indem es noch mehr Möglichkeiten gibt Würfel zu manipulieren Sie haben auch Eine Leiste Also bei Dwellings of Eldervale Dreht sich alles um die Elemente Die ihr euch dann auch In euer Also womit ihr so eine Art Deckbuilding betreibt Das haben die hier mit so einer Engine Leiste So ein bisschen noch Deutlich verstärkt Also ein bisschen noch Deutlich verstärkt Genau Und Also hat wirkt Geil aus Das muss man jetzt schon mal sagen Also Es ist halt nochmal Eine ganze Ecke Tiefgreifender Jetzt diese Mechanik Wie ihr eure Basis Und eure Helden Dann halt eben Also eure Engine Verbessern können Die grundsätzliche Mechanik Bei Dwellings of Eldervale Ist ihr platziert Arbeiter auf dem Feld Oder ihr holt sie zurück Und wenn ihr sie zurückholt Dann löst ihr auch nochmal Effekte aus Also theoretisch Wollt ihr sie gut platzieren Damit ihr neue Karten Etc. bekommt Damit ihr beim Zurückholen Dann halt eben Effekte auslösen könnt Und Das ist jetzt hier leider Nicht zu sehen Bei Queckerloop Sieht man es halt Man hat so Playerboards Und Neben diese Playerboards Platziert ihr euch Diese Karten Und könnt dann halt Verschiedene Reihen Auf dem Playerboard auslösen Womit ihr dann Entsprechend viele Karten Hintereinander zünden könnt Das war halt bei Dwellings Über acht verschiedene Elemente Geregelt Das scheint hier ein bisschen Weniger Elemente oder Techniken Zu geben Womit man aber mehr auslösen kann Also Wer Dwellings cool fand Oder gesagt hat Dwellings war nicht mein Thema Aber die Mechanik Fand ich interessant Der kann hier auf jeden Fall Mal reinschauen Ich denke Andromedas Edge 10.000 Leute folgen dem Projekt Geht schon ne Ja Das wird richtig abgehen Ach übrigens wenn ihr Den Projekt jetzt schon Followt Dann bekommt ihr noch Irgendeine extra Karte Keine Ahnung Von vornherein schon Auf GameFound Findet ihr das Spiel Und Andromedas Edge Wird am 31. Januar starten Ah ja Okay Ist ja jetzt auch nicht mehr So lange hin Ist nicht mehr so lange hin Mich stört halt dieses Space-Thema Das ist so das Es gibt noch ein weiteres Video Bei Cracky Loops Sogar mit dem Entweder von dem Designer Oder von der Firma Die das verlegen Da hat er nochmal Ein Talk mit denen gemacht Da reden die nochmal mehr darüber Was so unterschiedlich ist Und so Das kam jetzt Vor relativ kurzer Zeit Glaube ich sogar online Okay Also auf jeden Fall Ein fettes Game Und ja Ich werde mal einen Blick drauf werfen Vielleicht nehme ich auch Den Basis Pledge Allerdings wäre ja dann Dwellings überflüssig Ich weiß es noch nicht Also ich muss sagen Eigentlich finde ich Das Dwellings Thema cooler Muss ich ehrlich sein Weiß nicht Auf jeden Fall Space ist halt Space Ist halt wieder Ja ich finde es halt auch Es ist schon eine coole Idee Dass du auf dein Raumschiff Dann so eine Station rauf machst Da kannst du noch so Pinocles Oben rein machen Ich finde es sieht aber Total hässlich aus Also Es war der Prototyp Kann natürlich im Original Noch schöner sein Aber hat mich nicht So richtig angesprochen So dann kommen wir zum letzten Was auch so ein kleines bisschen Mein Favorit ist Und zwar Stone Saga Von Ohm Games Die haben auch Mythwind gemacht Und Stars of Arcarius Ein Spiel was sehr sehr gut Auch bewertet wurde Auf BGG Und wo man Sich auch durch so ein Also es ist wie Gloomhaven Im Weltall Haben viele gesagt Nur halt eben mit Würfeln Und Stone Saga Machen sie jetzt auch Ein kooperatives Kampagnen Spiel Wo ihr gemeinsam versucht Und das finde ich von der Thematik her super interessant Man spielt sich durch Verschiedene Generationen Von Familien Also ihr startet halt In der Steinzeit Mit einer Generation Von einer Familie Ihr entdeckt die Welt Ihr könnt die Welt Auch verändern Ihr könnt lernen Gegenstände zu craften Und verschiedene Sachen zu machen Und macht euch Daraufhin auch eure Notizen Und wenn ihr dann Das nächste Mal spielt Spielt ihr eine Generation Später Und erlebt Auswirkungen In dieser Welt Die dann halt eben Auch passiert sind Und das Ganze ist Natürlich mit Exploring Mechanismen Hier kann man jetzt Nicht so viel sehen Exploring Mechanismen Und auch mit Crafting Mechanismen Da gibt es Das sieht man echt cool In dem passenden Video Dazu Ihr habt halt hier eure Finde ich auch ganz witzig Euer Held hat hier halt So einen gewissen Bereich Und so viele Sachen Kann er tragen Wieder reinpassen Oder Genau Wieder reinpassen Ah ok Muss man dann halt sortieren Je nachdem wie groß Die Sachen sind Nehmen die natürlich Unterschiedlich für Platz In eurem Rucksack ein Ist jetzt auch keine neue Mechanik Keine Frage Finde ich aber irgendwie Ganz witzig Ja Mir gefällt das Artwork Richtig richtig gut Ja Das Artwork finde ich auch Super hübsch Ihr könnt euch auch sehr gerne Mal den Trailer angucken Wir können da mal ganz kurz Ein bisschen rein zappen Der ist nämlich auch Verdammt gut gemacht Und da sieht man halt schon So relativ viele Grundmechaniken Wie man hier Übereinander rückt Über dieses Feld Was man dann halt auch entdeckt Jetzt kommt hier so ein bisschen Bla bla Storyline Bla bla So Und wenn man hier Verschiedene Sachen entdeckt Gibt es dann auch wieder Story Parts Die vorgelesen würden Wenn ihr da in den Wäldern seid Dann könnt ihr da die Verschiedenen Ressourcen entdecken Hier sind Story Parts Mit multiplen Entscheidungen Oder es wird ausgewürfelt Das kann ich noch nicht Ganz so genau sagen Hier entdeckt ihr Sachen Die ihr nachhaltig Auf das Spielfeld Auch drauflegen könnt Das sieht halt richtig gut gemacht aus Und das steht dann halt da Wenn man dann Eine Generation später spielt Hat das halt Auswirkungen Hier sieht man was alles aufblinkt Das bekommt man jetzt alles Da aus dem Ding Man hat ja hier unten Auch so ein bisschen Wie bei Sevens Continent Diese Nummern drauf Wo man dann sicherlich Dann auch nochmal Extra Aktionen Oder Text zu lesen kann Ich finde das Spiel Sieht super interessant aus Das scheint von vielen anderen Spielen Schon Mechaniken zu übernehmen Ich finde es aber auch cool Wenn man wirklich sagt Okay man spielt so verschiedene Generationen Von Familien Oder von Abenteuern Und trägt sein Erlebnis mit Durch die Welt Das Spiel wird auf jeden Fall Am 7. Februar Auf Kickstarter war es glaube ich Erscheinen Und Ja da werde ich bestimmt reingehen Sieht wirklich sehr sehr geil aus Kann man nicht anders sagen Die anderen Spiele waren auch gut Auch wenn Müswind Ein, zwei Probleme hatte Ich will da jetzt nicht nochmal Genau darauf eingehen Aber Stars of Akarios Erfreut sich ja anscheinend Nach einer gewissen Beliebtheit Müswind werden wir mal schauen Das war so ein bisschen wie Harvest Moon Oder Stardew Valley Auf dem Brett Aber es wurde so ein bisschen kritisiert Dass man das Gefühl hat Es hat Kein Ziel Also Wenn ich jetzt einmal ein bisschen Was entdeckt habe Warum sollte ich das Spiel nochmal auf den Tisch packen Ich spiele ja so alleine Vor mich hin Ohne Storyline Und mal gucken Aber das hier finde ich Auf jeden Fall super interessant Ich bin total gespannt Was da kommt Jetzt kannst du uns groß machen Ich mach uns groß Ah Da sind wir wieder Da bist du vor allem wieder So Über eine Stunde Sind wir schon Aber ja Wir sind über eine Stunde Aber man muss ja auch dazu sagen Wir haben 14 Spiele besprochen Die wollen ja auch erstmal Abgehandelt werden Das ist jetzt nicht so einfach Wenn wir irgendein Spiel vergessen haben Wo ihr sagt Das habt ihr selber designt Das hast du designt Oder wir haben irgendwas vergessen Wo ihr sagt Ja das hättet das schon mal noch erwähnen können Das ist ziemlich cool Das ist mit auf meiner Liste drauf gewesen Wir haben uns viele Spiele angeguckt Aber uns kann natürlich auch was durchgerutscht sein Dann schreibt das bitte einfach unten in die Kommentare mit rein Gucken wir uns gerne an Vielleicht rutscht es in die nächste Liste Definitiv ja Oder in unseren Podcast Jo Lasst ein Abo da Wenn euch das Ganze gefallen hat Wenn ihr weitere Infos haben wollt Zu dem ganzen Thema Ich auf jeden Fall Bin tatsächlich mal wieder Ein kleines bisschen gehypt Wo ich mich jetzt über Kickstarter Und kommende Spiele schlau gemacht habe Und das im Auge behalten Und Mal gucken was so kommt Und die wichtigste Frage kommt Auch zum Schluss Bewertet natürlich auch Martins neuen Hintergrund Für die Leute Die schon länger dabei sind Ist das nicht schön Martin mit Spielen im Hintergrund Ich finde es wirklich Jetzt weiß ich es auch wieder im Großen Gefällt mir wesentlich besser Sehr schön Ja Ich habe tatsächlich bei meiner Frau Ein zusätzliches 4x4 Kalax durchgedrückt Und das habe ich jetzt quasi auf mein altes Also ich hatte vorher acht Fächer Jetzt habe ich noch 16 dazu geholt Ich habe jetzt auf jeden Fall Platz für Brettspiele So viele Spiele habe ich gar nicht Alle Spiele die ich aufrecht hingestellt habe Dahinter ist gar nichts Warte mal ab Aber Franzi hat schon gesagt Wenn das voll ist Es ist Feierabend Mehr gibt es nicht Du hast jetzt mehr Platz als Nee Ich habe 5x5 Okay Also ähnlich Du hast 25 Ich habe 24 Okay Ja Ist ähnlich Dafür Ja Aber ist egal Okay Gut Das war echt viel gelabert Ja Anstrengende Kiste Okay Die Links für die ganzen Spiele Wo ihr euch anmelden könnt Wo ihr followen könnt Etc Die findet ihr unten in der Videobeschreibung Da könnt ihr gerne mal draufklicken Und euch das Ganze angucken Ansonsten bedanken wir uns Fürs Reinschauen Wer jetzt noch mit dabei ist Und sagen Tschüss und Ciao Bis zum nächsten Mal Wir sind die Jungs von Meeble King Tschüss